Am 12. März 2024 ist es wieder soweit. Bereits zum sechsten Mal findet die Enterprise Architecture Management Konferenz in Wien statt. Hören Sie von Thomas Meintrup, wie Enterprise Architecture bei Mercedes-Benz agil wurde. Hören Sie sich an, wie Nina Dedic Enterprise Architecture aus der Sicht des CTO wahrnimmt und hören Sie praxisnahe Beispiele, zum Beispiel von der Zürcher Kantonalbank über zentrale Architekturentscheide beim Aufbau einer Data- und Analytics-Plattform in der Cloud. Natürlich werden wir auch in diesem Jahr wieder die EAM Awards verleihen für herausragende Projekte im Bereich Enterprise Architecture Management. Notieren Sie sich also, den 12. März 2024 finden Sie alle Informationen zur Konferenz sowie die Möglichkeit, sich jetzt schon ein Ticket zu kaufen, auf der Webseite der Connect und der www.connect.at. Scannen Sie den eingeblendeten QR-Code oder klicken Sie auf den Link in der Description. Ich würde mich freuen, Sie persönlich am 12. März in Wien bei der Enterprise Architecture Management Konferenz begrüßen zu dürfen. Wenigetär Sp Szroeffler Wien bei der